Leute sagen bei mir, Salko, warum du freuen über Wochenende, wenn du zu Hause die ganze Zeit im Keller arbeitest und machst, was deine Frau sagt. Dann ist es bei dir egal, ob Baustelle oder zu Hause. Leute, das ist nicht egal. Das ist ein großer Unterschied. Warum? Im Geschäft ist Pause von 9 Uhr bis 9.30 Uhr. Chef nichts erlauben, vor oder nach. Wenn du Pause verpasst, dann keine Pause mehr. Und zu Hause kann ich Pause machen, wenn ich will. Oh, kann um 8 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr. Die ist scheißegal. Hauptsache Arbeit ist fertig, Leute. Das ist mir sehr wichtig. Oder bei Baustellen. Immer jemand kommt bei mir diskutieren und sagt, warum machst du so, warum nicht so. Warum machst du so, warum nicht so. Immer Politik machen bei mir. Und zu Hause, ich selber entscheide. Will ich jetzt Unterhose bügeln, T-Shirt bügeln. Das ist meine Entscheidung. Niemand einmischen bei mir. Zwar zu Hause wird nicht bezahlt, Leute. Das ist kein Geld. Aber Sachen machen. Diese Sachen machen. Das ist auch wichtig, Leute. Ja, weil Sachen machen für mich wichtiger als Geld. Ohne Spaß. Ja, aber auch. Vielen Dank.